Mit einem ziemlich wehmütigen Gefühl im Bauch betrete ich als auflöster Zuschauerraum, um wie gewohnt meinen Arbeitsplatz in der ersten Reihe Mitte einzunehmen. Ein riesiger, rechteckiger Tisch nimmt den ganzen Böhnenraum ein. Um ihn herumzusitzen, in grossen Abständen und so auch irgendwie vereinzelt wirkend, sämtliche Schauspieler und Schauspielerinnen. Kein einziges Wort kommt über ihre Lippen. Es macht überhaupt den Anschein, dass sie schon ewig lang an diesem Tisch sitzen wurden. Was sie machen? Sie reparieren beschädigte oder unvollständige Textbücher. Rhythmisches Papierrascheln, die Geräusche vom Verknüllen von Papier, gelegentliche Süffziger von den Schauspielern, ihre wilden, unregelmässigen Herzschläge, ab und zu einen verzweifelten, kräftigen Fussschlag auf den Tisch, dann kulturelle Tränen auf die Textbücher. Und diese verursachen, weil sie klanglich so stark überhöht sind, fast schon ein tausendes Geräusch. Nach dem Aufwachen male ich mir aus, wie all die gesammelten Textbücher von den letzten fünf Jahren in Reihe und Glied und überdimensioniert am Bühnenrand stehen, in eindrücklicher Fülle. Und kein einziges geht je verloren.